Ja, genau. Wir haben zwei Spieler im Feld und es wird zweimal gespielt, okay? Der erste Ballkontakt ist frei, ihr dürft den pritschen oder baggern. Der zweite ist auch frei. Ziel wäre natürlich, dass wir entweder im Sprung was machen oder den Ball legen. Im Sprung am besten, ja? Es gibt einen Auswechselspieler. Genau, es gibt immer einen Spieler draußen und der Spieler, der den Ball angegriffen hat, wechselt schnell nach außen und der nächste kommt rein. Okay? Das Feld geht von Hütchen bis Hütchen. Los geht's! 0-0! 0-0! Zweiter muss rüber, genau. Zweimal spielen wir, gut! Aus! Aus, okay. Ball raus! Ja, auf geht's, komm! Raus mit dir! Zweimal, gut! Gut! Ich schiebe ihn nicht weiter außerhalb von Sie, er lasst ihn am Netz vor ihr. Einmal ist okay. Spring, gut! Gut! Kunz, ich weiß nicht mehr. Vor Probably, futチå ist kein Fernsehen. Wie das fச路 ist? Ja, was ist einfach so. Frau ist wiederkehrendas. Ja, ich will alles so.